hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stimmig ja heute haben wir den 9 dezember und wir machen das neun die türchen natürlich auch von den menschen adventskalender hallo was mit meinem mit meiner sprache heute ja ich hoffe ihr habt schon alle türchen nummer 9 gefunden ich sehe schon und es ist hier mal gespannt wie viele karten wir da drin haben es ist ja kein besonderer tag heute nicht wie am sechsten da hatten wir drei karten drin so wir haben zwei karten hier enthalten und zwar haben wir hier bundesliga moment kevin dann so von augsburg abwehrspieler haben wir abwehrwert von 63 an angriff wert von 27 und einen marktwert von 4,5 millionen dann haben wir hier einen hannoveraner und zwar oliver sorg und er ist abwehrspieler abwehrwert 57 angriff 36 und einen marktwert von 3 millionen also das aber echt eine schwache karte hier 57 und 36 so was sind dann die karten von türchen nummer 9 zum morgen kommt türchen nummer 8 ich hoffe ihr schaltet dann wieder alle ein und schaut auch natürlich meinen anderen adventskalender noch oder er kam schon ich weiß noch nicht ob ich stehen hier als erst hochladen oder erst den anderen dann sag ich mal bis morgen und auf wiedersehen